Jahrespressekonferenz der Chemieverbände Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen. Und Hauptgeschäftsführer Bernd Vogler hatte keine guten Nachrichten. Die Umsätze in der Chemieindustrie sind 2018 zwar leicht gestiegen, aber die Erträge gingen zurück. Und die Chemieproduktion in Rheinland-Pfalz sank um fast drei Prozent. Im letzten Jahr hat sich der Trend tatsächlich gedreht ins Negative. Und dieser Trend hat sich verfestigt. Und ich kann jetzt in der Tat sagen, der Abschwung ist da. 2018 war ein Jahr mit enttäuschten Erwartungen. Und 2019 wird uns weitere Rückgänge bei der Produktion bringen. Die Gründe waren vielfältig. In Deutschland und der EU hat die Konjunkturanfahrt verloren. Die Nachfrage vieler Kunden wurde schwächer. Insbesondere der Autoindustrie. Und Niedrigwasser am Rhein hat vielen Firmen zugesetzt. Die Stimmung, die hat sich doch stark verschlechtert in der chemischen Industrie in Rheinland-Pfalz. Es sind nur noch 17 Prozent unserer Firmen, die sagen, uns geht es aktuell tatsächlich gut. Und das hat Folgen. Wir sehen in mehr als der Hälfte unserer Firmen deutliche Kostensparprogramme, die auch einschneidend sind. Und was mir Sorgen macht, die Investitionen gehen zurück. 40 Prozent der Firmen sagen, wir investieren künftig weniger. Viele Unternehmen sorgen sich auch um den inneren Zusammenhalt der Europäischen Union. Christian Metzger, der Vorstandsvorsitzende der Chemieverbände Rheinland-Pfalz, ruft deshalb dazu auf, am 26. Mai zur Europawahl zu gehen. Ich sehe den Wohlstand insoweit in Gefahr, wenn die Wahlen nicht ernst genommen werden. Ich sehe den Wohlstand in Gefahr, wenn populistische Parteien ans Machen kommen. Da sehe ich den Wohlstand in Gefahr. Ich sehe ihn nicht in Gefahr, wenn unsere Beschäftigten, wenn alle Beschäftigten, wenn die Bundesbürger zur Wahl gehen und ein klares Ja zu Europa sagen. 94 Prozent aller Betriebe befürchten eine negative Geschäftsentwicklung durch die politische Lage in der Europäischen Union. Auch der bevorstehende Brexit könnte vielen Unternehmen weitere Einbußen bescheren. Wichtig ist, dass auf jeden Fall die Wertschöpfungskette, die wir zwischen Deutschland und Großbritannien haben, dass die nicht unterbrochen werden. Das heißt, was wir in Zukunft auf jeden Fall weiterhin brauchen, das ist ein Handel ohne Zollschranken. Das ist auf jeden Fall die Standards, die wir bisher kennen, dass die beibehalten werden. Standards beibehalten? Für viele Chemiebetriebe wird das immer schwieriger, denn die Kosten steigen und damit der Wettbewerbsdruck. Hohe Kosten kann man besser schultern im Aufschwung. Im Abschwung wird es schwieriger. Und was wir sehen in den letzten Jahren, dass sich die Kostenbelastung der Firmen nur in eine Richtung bewegt hat, nach oben. Bei den Arbeitskosten, bei der Energie, bei den Unternehmenssteuern. Das sind Punkte, die uns drücken. Und daraus wird im Abschwung ein Problem. Und ich muss tatsächlich sagen, ich schließe mich da Clemens Fust an vom IFO-Institut. In den letzten Jahren hat die Berliner Politik die Industrie schlicht vergessen. Der Chemiestandort Rheinland-Pfalz verliert deshalb an Attraktivität. Wir werden mindestens ein Jahr 2019 erleben, im Abschwung. Die Zeiten werden schwieriger werden. Momentan sehen wir noch keine Folgen bei der Beschäftigung. Das ist sicher ein vorausschauendes Verhalten unserer Mitgliedsfirmen, auch in schlechten Zeiten Beschäftigung zu halten. Allerdings gibt es Hinweise, dass doch knapp 30 Prozent der Firmen überlegen, die Beschäftigung zu senken. Auch die Dynamik der Märkte in den USA und China lässt nach und der Handelskonflikt beider Länder bremst die Exporte. Schwierige Zeiten für die Chemiebranche in Rheinland-Pfalz.